Wer ist das? Hab sie heute das erste Mal hier gesehen. Aber kann die überhaupt kämpfen? Probieren wir es aus. Du wirst als Hexe auf dem Scheiterhaufen landen. Du kannst als Frau keine Männerkleider tragen. Das kannst du nicht machen. Doch, kann ich. Jan, Jan! Also wenn ihr jemand was Böses will, dann hat sie damit auf jeden Fall verloren. Dazu braucht es keine Hosen. Da gibt es genug andere Gründe. Wie meinst du das? Da weißt du vielleicht, woher ihre Stimmen kommen? Ob sie wirklich von Gott sind? Sie könnte ja auch vom Teufel besessen sein. Das meinst du jetzt nicht im Ernst? Nein, natürlich nicht. Aber andere könnten das denken. Es haben genug Frauen gebrannt, weil ihnen Satan angeblich etwas eingeflüstert hat. Ist mir egal. Ich bin auf ihrer Seite egal, was sie tut. Um das Kämpfen bringe ich ihr auch noch bei. Sie müssen den Pfeil aus deiner Schulter ziehen können. Wo sind sie? Wer? Die Engel, ne? Es hat keinen Sinn, wir ziehen uns zurück. Pistole. Beretta 92. Du läufst. Wenn du läufst, ist es gut. Du läufst in der Nacht durch die Stadt und die Stadt ändert sich. Wenn du läufst, empfindest du manchmal fast so etwas wie Glück. Du fließt. Wenn du fließt, ist es gut. Wohin läufst du eigentlich? Ich weiß es nicht.